herzlich willkommen hier im league server schauen wir uns gleich mal an der league server wurde neu aufgesetzt neu gebaut so wie den spawn finde ich ja ganz schön hier geht es zu pvp pvp interessiert mich gar nicht hier ist der shop schön gebaut schauen wir nun auf die andere seite rüber ja hier ist der hauptplatz unten ist noch das gefängnis so können wir noch ganz kurz auf die andere seite runter gehen ja so ich finde den spawn sehr schön hier sind die regeln ja so weit so gut jetzt gehe ich mal zu mir ein das ist mein haus ein dorf das habe ich gebaut dann habe ich noch geschäfte gemacht man kaufen stein kohle obsidian jetzt schneller hier ist mein hotel hier ein gebautes haus jetzt eine burg die ist allerdings nicht von mir die wege habe ich gemacht dann haben wir hier den eiffelturm hier mein schiff das hatte ich kürzlich gemacht kürzlich gebaut ja und hier hinten ist das dorf mit einem schönen rathaus auch ein dorf das dorf können wir uns ja mal kurz mal höher anschauen ah ja hier hinten ist noch der turm und der muss noch laden na komm laden ja hier hinten ist wie gesagt das dorf das dorf das rathaus kurz da reinschauen kurz da reinschauen da können wir nochmal zurückfahren es gibt ja auch einen weg können wir den auch ungefähr entlang fahren entlang fliegen meine ich und fahren ja hier ist auch ein kleines haus das habe ich auch gebaut ja und diese fläche hier wird noch muss ich noch ausbauen werde ich noch ausbauen ja können wir uns das auch nochmal anschauen da hinten sieht man den eiffelturm darunter kommen auch fliegen da ist meine burg die ich baute und nebenan für paintball spielen habe ich auch gebaut ja und da gibt es auch von den anderen usern auch also ja 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 Vielen Dank.